Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder hier bei Wild at Heart, die Show oder der Podcast, wie man das bezeichnen wollte, aber es geht um Männer, Themen von Männern für Männer. Mein Name ist Roland und das ist der... Servus, ich bin der Chris und heute haben wir einen wirklich ganz besonderen Gast für euch. Der Roland hat den schon kennengelernt und was genau er macht, wird euch auch der Roland erzählen. Ja, wie gesagt, ich habe den Leo kennengelernt vor einigen Wochen auf dem Männer Festival, an dem ich auch heuer wieder teilgenommen habe und wir sind ineinander gekommen oder zueinander gekommen in einer Gruppenarbeit, die sehr, sehr intensiv war und der Leo hat eine direkte Ansprache gemacht, vielleicht würde ich das auch erwähnen, Podcast, wer weiß. Und ja, da hat einfach die Chemie gepasst. Für mich war das ganz klar, das ist ein Mann, der ist authentisch, der ist durch die Scheiße gegangen, hat sich seinen Dämonen gestellt, hat sein Leben umgekrempelt und macht seitdem eine super tolle Arbeit, nicht nur an sich selbst, sondern an vielen, vielen anderen Männern und unheimlich wertvolle Arbeit hier hat. Und das heutige Thema Chris ist, also insgesamt heißt die ganze Reihe, die wir mit Leo gemeinsam machen werden, der Weg zu mir, zu mir selbst. Und das heutige Thema ist, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Einstieg, weil ich denke, wenn man sich auf den Weg macht oder wenn man den Schmerz in sich nicht nur spürt, sondern auch merkt, oh, ich möchte daran arbeiten, dann hilft es ganz einfach, wenn man sich Hilfe von außen annimmt. Also sowas auch bei mir. Und deswegen reicht da die erste Episode, warum Männer einen Coach brauchen. Das werden wir mit Leo besprechen. Bevor wir mit Leo darüber sprechen, was ist deine Meinung? Warum brauchen Männer einen Coach, Chris? Weil es einfach schwierig ist, sich selbst zu sehen, wenn man in sich selber drinsteckt. Ganz einfach. Absolut. Wäre jetzt meine Ansage. Absolut. Und ich sehe das auch so. Also wie gesagt, ich war ja immer sehr erfolgreich, immer sehr gepusht, keinen Schmerz gespürt und ich habe gar nicht gemerkt, welche Scheiße ich baue. Und für mich war das unheimlich heilsam, einen Coach zu finden, der mir nicht schön geredet hat, weil er ein Honorar bekommen hat, sondern der mich wirklich getreten hat, im positiven Sinne. Und mich getreten hat, eigentlich wachgerüttelt hat und hat gesagt, hey, schau mal genau hin. Wenn das Ganze blink-bling wegtust, was bleibt wirklich über vom Rollern? Und das war für mich eine unheimlich gute Erfahrung und dafür bin ich heute noch dem Coach dankbar. Und ich habe heute immer noch einen Coach, obwohl ich selber Leute coache und ein international erfolgreiches Coaching-Unternehmen habe. Für Unternehmen habe ich auch selber jemanden, eine Frau, bei mir ist eine Frau witzigerweise, die Christine Hackl, in diesem Sinne, Christine Föster-Zürst, liebe Grüße. Danke auch für deine Intervention immer wieder. Ja, Coaching ist total wichtig. Ja, egal. Egal, ob ich zu... Ja, auf jeden Fall. Okay, liebe Leute, bleibst dran und Leo wird gleich kommen. Ja, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann sind wir Christen nicht sehr dankbar, wenn ihr den Subscribe-Button drückt, die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch immer gleich eine Message, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Und wenn es das Ganze like, so wie gesagt, das hilft uns, das unterstützt uns, das motiviert uns. Und es geht ja auch darum, mit diesem Kanal so viele Männer wie möglich zu erreichen, aber auch euch tolle Themen und tolle Coaches, tolle Referenten, tolle Therapeuten, wie auch immer das bezeichnen wollt, auch zu bringen. In diesem Sinne, bleibst dran, der Leo wird sich gleich zuschalten aus Baden-Württemberg. Sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Bis gleich. Ja, hallo, Leute. Wie versprochen und angekündigt, haben wir heute den Start einer neuen Podcast-Serie. mit dem lieben Leo Fromm aus Deutschland, aus dem Schwabenland, wie es so schön heißt. Und ich durfte den Leo kennenlernen vor knapp drei Wochen circa, auf dem Männerfestival. Da sind wir ineinander, wie sagen wir, aneinandergekommen im positiven Sinne. Da haben sich zwei Männer gefunden, ganz einfach. Und da wurde dann auch die Idee geboren, am letzten Tag eine Podcast-Serie zu machen. Und das Thema, wie angekündigt, ist der Weg zu mir, nicht der Weg zu dir, der Weg zu mir, zu sich selbst, ganz einfach. Und das Ganze ist in mehrere Teile aufgeteilt. Und wir starten heute mit dem ersten Teil. Und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, weil es für viele Männer vielleicht ein bisschen neu ist. Und vor einigen Jahren wäre es auch für mich total neu gewesen. Brauchen Männer einen Coach? Und wir reden jetzt nicht mehr klassischen Business-Coach, sondern brauchen Männer einen Coach, um den Weg zu sich selbst zu finden, um wieder Mann zu sein. Das ist das Thema heute. Du Roland, du hast einen bedeutenden Vorteil. Du kennst den Leo schon. Ich würde vielleicht noch ganz kurz gerne wissen... Okay. Moment. Habe ich was zum Schneiden nachher? Habe ich was zum Schneiden? Ja, passt. Ein bisschen mehr rum, dass man ein bisschen deinen Hals auch sieht. Du kriegst schon Schicht zu geköpft. Okay, okay. Jetzt ist besser. Passt. Okay, liebe Leute. Ja, wie angekündigt, haben wir heute einen tollen Gast und Referenten- und Interviewpartner. Wir starten ja mit dem Leo Fromm eine neue Serie, Der Weg zu mir. Und das heutige Thema ist, ich glaube, ein sehr spannendes Thema für Männer. Und wenn ich an mich selber denke, vor einigen Jahren wäre das noch ein bisschen... Ja, wäre ich gar nicht so offen gewesen für das Thema. Brauchen Männer einen Coach? Und ich spreche jetzt nicht an einen Business-Coach, sondern brauche meinen Coach, um den Weg zu sich selbst zu finden. Und bevor wir starten, Leo, magst du dich vielleicht uns im Publikum kurz vorstellen, was so dein Background ist und wie du zu dieser Arbeit gekommen bist, wo du herkommst, was du bis jetzt gemacht hast? Also als Vorbemerkung vor 15 Jahren hätte ich auch gesagt, ich brauche keinen Coach. Ja, mein Name ist Leo Fromm. Ich bin jetzt 59 Jahre alt. Ich war ursprünglich mal Wirtschaftsredakteur, habe eine Agentur als PR-Berater und beruflich ist mir eigentlich immer alles sehr gut gelungen. Und 2009 war meine zweite Scheidung und dann habe ich mir gedacht, das muss irgendwas auch mit mir zu tun haben. Und das war sozusagen der Beginn meiner Veränderung. Ich habe zunächst eine zweijährige Ausbildung zum Gestaltpädagogen gemacht. Da lernt man viel biografisch über sich selbst, dass ich zum Beispiel das jüngste von fünf Geschwistern war, zu Hause nichts zu melden hatte und deswegen sehr geltungsbedürftig war. Und ich habe nach der zweijährigen Ausbildung, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach gut, besser über mich Bescheid zu wissen, eine vierjährige Ausbildung nebenberuflich zum Gestalttherapeuten gemacht. Und in der Funktion arbeite ich jetzt schon seit sieben, acht Jahren auch. Danke. Also ich arbeite mit Männern im Einzel, ich arbeite in Firmen, da heißt es dann Teamentwicklung oder Führungskräfte-Coaching, damit die keine Angst kriegen. Und ich mache ehrenamtlich, in dem Kontext haben wir uns kennengelernt, bei dem Männerfestival in Linz. Ich habe ehrenamtlich mehrere Gruppen und gehe auf Workshops und auf Männerfestivals und mache da Angebote im Prinzip im Stuhlkreis. Eine ganz kurze Frage hätte ich. Ich finde es super, dass ich mal wirklich mit Gestalttherapeuten sprechen kann. Wie funktioniert Gestalttherapie, wenn du es in drei Sätzen darstellen müsstest? Also wir Gestalttherapeuten gehen wie die Psychotherapeuten auch auf C.G. Jung zurück, auf den Schweizer Psychotherapeuten. Und die Gestalttherapie haben überwiegend deutschsprachige Juden weiterentwickelt, die wegen der Nazis in die USA gegangen sind. Und haben eben dort weg vom reinen Sprechen begonnen, zum Beispiel auch mit Gesang, mit Stimme, mit Atem zu arbeiten. Also in der Ausbildung haben wir zum Beispiel gelernt, ich könnte dich jetzt ein Bild malen lassen. Oder ich könnte mit dir tanzen, dann sehe ich, wie verklemmt und blockiert du bist. Das sehe ich beim Singen übrigens auch. Oder ich könnte dich ein Bild malen lassen, dann sehe ich, wie lange du zögerst, bis du endlich loslegst. Zu welcher Farbe du greifst. Wo auf dem Blatt du beginnst, in der Mitte, rechts oben, links unten. Und das alles gibt mir noch, bevor du überhaupt was gesagt hast, schon Informationen. Allein wie du gekleidet bist, wie du in den Raum reinkommst, wie du sitzt. Und das spiegle ich dir alles, wenn es dran ist und du das hören möchtest, im Setting. Okay, danke dir. War ich Fritz Perls auch ein Gestalttherapeut? Ja, das ist unser Begründer. Sorry, dass ich den Namen nicht genannt habe. Fritz Perls war praktisch unser Begründer. Paul Goodman, also da gibt es etliche. Die Empfehlung ist, googelt mal Gestalttherapie. Bei Wikipedia kriegt ihr die Infos. Genau, das sind ja Damen und Herren. Mit mir in der Ausbildung waren Opernsängerinnen zum Beispiel, die dann altershalber nicht mehr so auf dem Zenit sind, die dann aber mit 50 noch eine super Arbeit machen über Körperhaltung, Körperausdruck. Weil beim Singen musst du ja auch, du musst den Ton loslassen. Ja, das ist im Kern das Thema. Du musst loslassen und vertrauen. Also ich mache Kriegerworkshops zum Beispiel mit einem Kollegen, der hat eine Ausbildung im Bogenschießen. Das funktioniert immer super, weil viele Männer, die fühlen sich dann mit Pfeil und Bogen sicher. Und dann schießen die da ihren Pfeil. Und das ist auch schon sehr philosophisch. Und danach kommt der Stuhlkreis. Den müssen sie dann billigend in Kauf nehmen. Aber geweint wird dann eher bei mir. Wir beide lachen, wenn der Christoph nicht fein und Bogenschützen. Ja, Wutter war super. Ja, unter anderem. Geweint wird bei dir. Das heißt, ist deine Erfahrung auch, dass Männer sich grundsätzlich mit Gefühlen eher schwer tun? Ich glaube, sie tun sich nicht schwer, aber schon in der Kinderheit hat man sie ihnen abtrainiert. Also vielleicht magst du meine Meinung mal, also ich fände spannend deine Meinung dazu. Meine Haltung ist ja, dass Männer und Frauen grundsätzlich von der emotionalen Wahrnehmungsfähigkeit gar nicht weit weg voneinander sind. Wie du sagst, es wird uns Männern einfach abtrainiert, uns auszudrücken und uns selbst zu fühlen. Genau. Okay. Das ist auch deine Einschätzung. Ja, und vor allem, das wissen wir aus der Hirnforschung und aus der Biologie, das hat ja was mit Evolution zu tun. Alles, was wir nicht benötigen, schafft unser Körper und unser Gehirn ab. Das heißt, wenn ich permanent auf meine Gefühle nicht reagiere, dann höre ich auch auf, diese Gefühle zu haben. Also mein Paradebeispiel ist da ein Manager, den habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren. Der war als Bauernsohn, als Zwei-, Dreijähriger immer im Laufstall und hat immer geschrien, wenn jemand aus der Familie ins Haus kam, um sich da ein Glas Wasser zu holen oder ein Werkzeug, hat immer geschrien, in der Hoffnung, dass er gehört wird und dann aus diesem Laufstall rauskommt. Aber die sind alle nur an ihm vorbei, haben Dutsi-Dutsi gemacht, haben ihr Glas Wasser geholt und haben ihn hängen lassen. Mit dem Ergebnis, dass der dann irgendwann als Zweijähriger aufgehört hat, zu rufen, weil das Gehirn ihm gesagt hat, es ist sinnlos zu rufen, da kommt eh keiner. Und mit der Energie kannst du, also wenn du dich abschaltest, kannst du untrainiert Marathon laufen, du kannst super Karriere machen, weil du im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen kannst. Also ich gehöre zu der Gattung auch. Ich auch. Welche Folgen hatten das, Entschuldige Roland, aber welche Folgen hatten das für den später gehabt? Also wenn du das sagen kannst, wo hat ihn das eingeschränkt? Wie bei mir auch, du fühlst halt nichts. Das heißt, wenn du Mitarbeiter führst und du hast keine Empathie für die Mitarbeiter, sondern dann kommen so Sätze wie, ja stell dich nicht so an oder das kenne ich auch, da musst du halt durch. Also dummes Geschwätz kommt dann halt. Also ich, wie gesagt, ich habe zwei Scheidungen gehabt, die hängen mit damit zusammen, dass ich mich nicht in meine Frau hineinversetzen konnte. Und meine Kinder zum Beispiel haben Angst vor mir gehabt, weil denen habe ich, mir hat man, ich bin das Jüngste von fünf Kindern, wenn ich als Fünfjähriger hingefallen bin und habe die Hose kaputt gemacht, dann habe ich zwar geblutet, aber die haben mir noch eine gescheuert nach dem Motto, passt doch besser auf. So sind wir erzogen worden. Mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Also der kam auch zurück, also der hat überlebt. Da brauchst du viel Energie. Und aus dem historischen Kontext kommen wir, ihr Österreicher übrigens auch. Ja, also natürlich schwer traumatisierte Rollenmodelle, die wir hatten. Und die Mütter auch. Also meine Mutter wäre jetzt über 100, die hat als junge Frau auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Die haben gelernt zu sagen, schau weg, das geht dich nichts an, weil wenn du dich einmischst, dass die Juden deportiert werden, dann kriegst du auch Probleme. Es führt jetzt ein bisschen arg bei zurück, aber... Wo ist dann für dich die Entscheidung gekommen, dass du mit Männern arbeitest? Also wo siehst du bei einem Mann die Notwendigkeit dann für einen Coach? Wieso braucht es dich? Wieso braucht es einen Roland? Wieso braucht es mich? Also zum einen kümmern sich ja um die Frauen schon genügend andere. Und ich habe immer schon Lust gehabt, mir die schwierigen Aufgaben zu stellen. Und natürlich war das von Anfang an schwieriger, Männer in den Stuhlkreis zu kriegen als Frauen. Aber wie gesagt, mich hat die Aufgabe gereizt. Damals war auch weniger Konkurrenz. Im Prinzip würde ich sagen, ich habe heute noch relativ wenig Konkurrenz. Mein Problem ist eher, dass andere, die glauben, sie hätten bei dem Thema eine Kompetenz mehr oder weniger den Markt schon verbrennen. Und dann denken Männer, ja, wenn das Männerarbeit ist, dann lasse ich es lieber. Und deswegen habe ich halt oft auch beim Roland ja die Erfahrung gemacht, wenn die dann zu mir kommen, selbst wenn die schon drei andere Gruppen erlebt haben, sind die wirklich beeindruckt, weil da wird halt weder Ratschläge erteilt noch gelabert noch diskutiert, sondern da wird gearbeitet. Was heißt das konkret, wenn du sagst, da wird gearbeitet? Was unterscheidet dich da? Ja, also eine grobe Unterscheidung wäre mal, wenn andere mit Männern arbeiten, wenn du meditierst, Yoga machst oder so, dann ist grundsätzlich, darf sein, dass du mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt kommst. Das darf sein, muss aber nicht. Während meine Arbeit zielt von vornherein schon darauf ab, genau dorthin zu gehen, wo sozusagen dein Eisberg unter der Oberfläche ist. Wenn du mir irgendwas von Frauen erzählst, dann biete ich dir an, ob du vielleicht ein Mutterthema hättest. Wenn du irgendwas von Ehrgeiz redest, dann frage ich dich, wie war dein Vater? Also das kann, wenn wir wollen, sehr schnell gehen. Also du gehst sehr schnell, sehr tief dann? Ich gehe in der Geschwindigkeit, in der der Mann es dem Mann gut tut, in der er es nehmen kann. Das kommt halt auch nochmal dazu, wenn ich Anfänger bin als Gestalttherapeut und ich bin beeindruckt von meinen Werkzeugen und deren Einsatzfähigkeit, dann mache ich viel falsch, weil ich dann meine Eitelkeit bediene. In Wahrheit geht es aber darum, natürlich viel zu können, aber nicht in der Gruppe die Männer zu beeindrucken, was ich alles kann, sondern exakt das rauszuholen, anzubieten und in der Geschwindigkeit, in der es der Mann, der in dem Moment arbeitet, nehmen kann und braucht. Also ich vergleiche das gerne mit einer Zwiebel, die hat Tausende Häute und in so einer Männergruppe an dem Abend kann man vielleicht von der Zwiebel drei, fünf oder auch sieben Schalen abnehmen, aber man sollte keine 30 oder 40 Schalen abnehmen, nur weil man es kann. Weil entweder geht der Mann raus und kommt nie mehr, weil ihn das überfordert oder im schlechtesten Fall, da kann der sich auch umbringen oder der fängt an zu saufen. Also ich sage oft, das ist wie Operation am offenen Herzen und das musst du können. Es braucht Feinfühligkeit auf jeden Fall. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und Empathie. Und ich bin ja auch bei MKP Deutschland, demnächst gibt es wahrscheinlich auch eine MKP Österreich, da erleben wir ja auch immer Männer, die sozusagen noch im Training sind. Und wir wollen auch, dass die Arbeiten andere Männer öffnen sozusagen. Aber dann muss ein Profi dabei sein, dass wenn der dich geöffnet hat und er selber nimmer weiter weiß und quasi auf sein Thema trifft plötzlich und stumm wird oder dein Schmerz ihn übermannt und er dann am liebsten mit dir weinen will, dann muss es ja weitergehen. Und dann gehen erfahrene Männer wie ich rein. Ganz kurz, was heißt MKP? Mankind Project. Das ist eine internationale Männerorganisation, 1985 in den USA gegründet. Kann man auch googeln. Wenn du MKP eingibst, findest du auf Wikipedia einen Eintrag. Danke. Ja, kann ich nur empfehlen. Mankind Project. Also in Österreich wird es aufgebaut. Ich habe mich heute mit Andreas und mit Ulrich getroffen. Absolut. Absolut. Da bist du ja mit den richtigen Männern unterwegs. Ja, das meiste ja nach dem Festival ist vor dem nächsten Männerfest. Genau. Aber das ist ein anderes Thema für unser Publikum. Das Thema ist ja, warum brauchen Männer einen Coach? Und ich würde das gerne auf zwei Ebenen kurz durchleuchten mit dir, Leo. Und zwar auf der einen Seite für Männer, die schon offen sind dafür. Was ist der Outcome für sie? Was kann für sie im positivsten Sinne sein? Und im zweiten Durchgang, dass man einen Flachverschlag für Männer, die damit gar nichts zu tun hat, wie können wir es denen schmackhaft machen? Genau. Also du brauchst natürlich nie einen Coach. Du kannst alles selber machen, weil auch sterben wirst du eines Tages allein. Aber ich halte es für günstig, mir einen Coach zu gönnen oder einen Supervisor, einen Begleiter, wie auch immer, einen erfahrenen Mann, der mir zur Seite steht, damit ich eben nicht jeden Fehler permanent selber machen muss und mit dem Kopf so lange gegen die Wand laufen, bis ich von allein merke, dass da auch eine Tür ist, zwei Meter weiter. Also der Coach kann dir helfen, Schmerzen zu vermeiden und deine Lernkurve deutlich zu erhöhen. Oder wenn du richtig in der Verzweiflung und in der Depression bist, kann der dir auch Trost spenden, damit du eben nicht völlig regredierst und abtaugst und letztlich dich zum Fenster rausstürzt. Ja, das heißt für Männer, die sagen ja, die sich schon mal so reinspüren und sagen ja, da ist was in mir, da brodelt was in mir, ich weiß nicht, wo es herkommt, ich weiß nicht, was hält mich zurück oder ich weiß nicht, was triggert mich dauernd irgendetwas oder ich weiß nicht, warum, auf die gleiche Art und Weise. Man hat ja, also wenn ich jetzt an mich zurückdenke, vor einigen Jahren, ich war ja auch so nicht empathisch, keine Emotionen gezeigt, war total stolz drauf, kannte keinen Schmerz, konnte er Marathons laufen ohne Trainings oder mit dem Kopf, konnte Jobs ausüben, die wahrscheinlich 99 Prozent der Bevölkerung nicht machen können, aber ich habe dann irgendwann mal nicht draufgekommen, was du vorher erwähnt hast, Leo, wenn man es nicht nutzt, ist es weg und das war etwas, was für mich so schlimm war, dass ich nicht nur meine negativen Emotionen nicht mehr gespürt habe, ich habe auch die positiven nicht mehr gehabt, ich habe immer wirklich Lebensfreude gehabt. Ich habe zwar gelächelt und ich habe mich kurz gefreut, wenn ich etwas Schönes gesehen habe oder Geschenke bekommen habe, aber es war nicht echte Freude. Genau, genau. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass die Männer das verstehen, wenn man die negativen Emotionen ausschaltet, um Schmerz zu vermeiden, um Trauma zu dünchen, man verliert auch die Positiven. Und da kann ein Coach wirklich sehr, sehr gut helfen auch, dass einem das klargemacht wird. Das hast du jetzt wunderschön gesagt. Danke. Deswegen habe ich gesagt, vor Jahren, ich war auch nicht offen für sowas, überhaupt nicht, obwohl ich selber seit 25, 27 Jahren als Business Coach international reise, aber an mir selber arbeiten jetzt, nicht im Sinne von mich zu optimieren, wie in den Maschinen besser zu leisten, zu performen, sondern in meinem Inneren zu arbeiten, war ich auch nicht offen, weil ich habe früher gar nicht verstanden, als Mann war, als eine Frau, das war immer geschieden, dann kommt eine schon ungefähr, weil eine Frau gesagt hat, sprich über dich, denk mal. Ja, genau. Ich war auch immer so ein. Leo, für Männer, die damit gar nichts am Hut haben, so wie ich vor 10, 15 Jahren, oder vor 15 Jahren, welche Botschaft kannst du diesen Männern geben, die vielleicht zufällig auf diesen Kanal stoßen? Also, wenn du wirklich mutig bist, was du ja von dir selber glaubst und behauptest, dann gönn dir doch mal einen Coach oder den Besuch einer Männergruppe und schau in die Spiegel dieser Männer. Also, ich lerne oft Männer kennen, die sagen, ich habe gar keine Angst und das meinen die dann ganz im Ernst und dann sage ich denen, ich mache mir Sorgen um dich, wenn du vermeintlich keine Angst hast, weil faktisch hat auch er Angst, sonst würde er schon gar nicht mehr leben. Weil keine Angst zu haben, wäre lebensgefährlich. Also, ich zum Beispiel, ich werde oft dafür bewundert, dass ich vermeintlich so mutig bin. Ich habe mich früher selber gehasst. Das war der Grund, dass ich, ich hatte keine Angst, weil ich mich nicht um mich gesorgt habe, weil mir mein Leben scheißegal war. Also, ich hätte wahrscheinlich in der Formel 1 ganz vorne mitfahren können, weil ich im Zweifelsfall noch mal Gas gebe, wo die anderen bremsen. Aber dann stirbst du halt auch früher. Ich habe so viel Scheiße in meinem Leben angehäuft und so viel Schmerz, dass ich irgendwann das nicht mehr, ich habe es nicht mehr ertragen. Es ist gut, dass es erwähnt ist. Ich kenne das von mir, von meiner Historie her, absolut. Und ich weiß, dass Männer wirklich, sie glauben, sie haben keine Angst, aber sie haben es einfach weggeblendet einfach. Und das hat auch gesagt... Das können wir ja jetzt sagen. So haben wir uns ja kennengelernt, weil wir waren im gleichen Stuhlkreis sozusagen. Wir hatten gar nicht arg viel miteinander zu tun, aber die wenigen Informationen, die ich über dich gehört habe, dass ich dann nachher nach der Runde gesagt habe, du bist die gleiche Drecksau wie ich. Weil das riechen Männer, das riechen Männer. Und wir haben ein ganz feines Gespür für Hierarchien und wir wissen genau, über wen wir drüber latschen können, den wir beim Geschäft verarschen können, dem ich die Rechnung für das Lokal aufs Auge drücken kann, weil der sich eh nicht wehrt und wir wissen ganz genau, bei wem wir das alles nicht tun können. Absolut. Und der Unterschied heute ist der, dass ich nicht mehr spiele mit den anderen Männern, sondern permanent gucke, dass ich mit mir in Integrität bin. Und dann beute ich nicht mehr die Schwachen aus, sondern dann zahle ich meine Rechnung und vielleicht seine noch gleich mit. Einfach, weil das sauber ist. Und dann lebst du plötzlich anders. Wollte noch zum Thema Mut und ich glaube, Christian, wir haben ja auch öfter schon darüber diskutiert. Ich glaube, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und seine Schattenscheiten anschaut, braucht es wirklich dicke Eier. Ich glaube, also ich finde, das Mutigste, was man machen kann, ist nicht Bungee-Jumpen oder mit dem Helikopter abstürzen, was ich auch schon mal gemacht habe, sondern es wirklich, sich die eigenen Schatten anzuschauen. Ich glaube, da braucht es den meisten Mut. Ich bin gerade ziemlich beeindruckt, Leo, von dem, was du gesagt hast. Also einmal von deiner Offenheit und auch der Konsequenz, wie kraftvoll deine Entscheidung gewesen sein muss, dagegen was zu tun. Also das hat mich gerade wirklich erreicht und berührt. Danke dafür und das zeigt auch mit, glaube ich, man kann auch absehen, mit welcher Leidenschaft du hinter deinem Job stehst. Und hinter dieser Aufgabe. Danke dafür. Also das wollte ich zuvorher noch anmerken, obwohl ich mir schon relativ viel klar ist und mir sehr bewusst bin. Auch ich gehe noch zu meinem Supervisor. Also ich gehe sozusagen auch zum Männercoach, weil ich mir auch noch meine Schatten anschaue. Das ist das eine und das andere ist tatsächlich, also ich orientiere mich nicht mehr daran, wie es andere Männer machen, sondern meine Vorbilder sind beispielsweise Dietrich Bonhoeffer, der als evangelischer Christ aus England zurück nach Deutschland kam ins Dritte Reich, weil er gesagt hat, die Kirche ist so verwirrt und läuft dem Hitler hinterher. Ich muss da hin und muss meine Glaubensbrüder ertüchtigen. Und tatsächlich ist er dann im Gefängnis getötet worden. Oder Nelson Mandela, der darunter gelitten hat, dass die Apart, also nur weil man eine andere Hautfarbe hat, schikaniert und diskriminiert wird. Und der 28 oder 32 Jahre in Haft blieb, um gegen das Unrecht zu protestieren, statt zu schweigen oder irgendwas zu unterschreiben. Und der kam raus und hat als erstes gesagt, jetzt zeigen wir den Weißen, wie Brüderlichkeit geht, statt sich zu rächen. Oder Mahatma Gandhi, das sind die Menschen, an denen ich mich heute orientiere, weil ich besser werden will, weil die Welt so scheiße ist. Und dass du Steuern hinterziehst, ermutigt mich nicht, auch Steuern zu hinterziehen, sondern im Gegenteil, zu sagen, ich finde vielleicht das Steuergesetz scheiße, aber das ist eine gewählte Regierung und dann halte ich mich an die Regeln. Da geht es wieder um Integrität, um Verbindlichkeit. Und das, was man dir so vorhin geladen ist, ist einfach deine Authentizität, Leo. Weil du bist selber durch diese emotionale Scheiße gegangen, und du hast dasselbe erlebt. Eine Ausbildung ist eine Sache, aber du hast ja diese Lebenserfahrung. Du sprichst ja nicht etwas, was du gelesen oder gehört hast, sondern du gehst dir aus deiner eigenen Erfahrung aus. Und ich habe auch getrickst. Das ist mir später bewusst geworden. Ich bin Redakteur geworden, um mächtig zu sein, um andere fertig machen zu können. Und ich habe andere fertig gemacht. Und offiziell, ich habe auch meine Prozesse alle gewonnen. Und nach außen war das alles in Ordnung. Aber was nicht gestimmt hat, war meine innere Intention. Wann kam für dich, vielleicht eine sehr persönliche Frage, wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt anders? War das ein Ereignis? Oder wie ist das gegangen? Also ich würde schon sagen, es war 2009 meine Scheidung, meine zweite Scheidung von meiner großen Liebe, die im Prinzip gesagt hat, Leo, du bist krank, du bist ein kaputtes Arschloch. Und meine Tochter, die dann im Prinzip, die war da 10, 11, 12, die mir dann SMS geschickt hat, fick dich, du Arschloch. Also das musst du mal aushalten. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so die Schwarmintelligenz, die war schon da. Ich habe ja auch gemerkt, was ich als Journalist gemacht habe. Je schlechter mir es ging, desto mehr habe ich andere Leute fertig gemacht. die haben zwar Schweinereien gemacht, aber meine Intention war, mir Genugtuung zu verschaffen. Und ich war halt ein cleverer, ich konnte mich gut selber verarschen. Und die Leute haben gesagt, der frommisch und mutiger Journalist, klar, das war ich. Und clever war ich auch, aber ich habe in erster Linie meinen eigenen Ego bedient. Und das tun wir ganz oft. Absolut. Leo, als du zu diesem Wendepunkt kamst, was war der erste Schritt? Selbstreflexion, Bücher gelesen, Seminare? Der erste Schritt, ach was, der erste Schritt war Verzweiflung. Ja, Zusammenbruch wahrscheinlich hätte ich das auch vermutet. Also das ist der Tiefpunkt. Und am Tiefpunkt ist Stillstand. Und mein Muster war, wenn ich noch 3% Sicherheit hatte, dann habe ich die Geschwindigkeit erhöht, um aus 3% ganz schnell 30% zu machen. Und heute sage ich den Männern, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann bleib stehen. In den Bergen ist das übrigens die einzige Chance, um zu überleben. Da gibt es wissenschaftliche Studien. Und die Manager und die Klugscheißer sterben als Erste, weil die dann immer noch versuchen, aus eigener, vermeintlicher Kraft irgendwas zu machen. Die wollen ihre Ohnmacht nicht spüren und deswegen machen sie irgendwas. Und deswegen, der erste Punkt ist, meine Ohnmacht und meine Verzweiflung zuzulassen. und ich bin nachts, ich konnte ja eh nicht mehr schlafen, ich bin auf die Knie vor Gott oder wem auch immer, habe alle Lichter im Haus ausgeschaltet, jeden Fernseher, jedes Radio, habe nur noch die Stille gehabt und habe meiner Verzweiflung Raum gelassen und habe geweint. Und diese Tränen, das lockert deine Verkrampfung, deine Erstarrung. Das macht dich weich. Das heißt, ich bin in der Verzweiflung in die Stille gegangen und nicht wieder abgelenkt durch... Naja, nicht wieder managen. Alkohol. Noch mal ein neuer Kunde oder noch ins Bordell oder egal was. Oder ein Porsche kaufen. Also, wir haben ja tausend Muster, was wir machen können, im Außen. Aber das Heil kommt von innen. Das ist das, was ich den Männern sage. Dein Heil kommt von innen. Und das dann auszuhalten, oder? Ja, genau. Der erste Moment ist aushalten. Und dann fängst du ja schon an, eine Kraft zu spüren. Und zum Beispiel, wenn dann meine Ex-Frau, wenn die dann wieder mit irgendeiner Unterhaltsforderung kommt, sie nicht wieder zu beschimpfen und ihr meinen ganzen Schmerz hinzurotzen, sondern zu schweigen oder zu sagen, ja, du wirst von mir hören. Und dann wahrhaftig zu werden. Ja. Und dann, jetzt sind wir wieder beim Thema, und dann ist es, und da war ich ja dann, ich habe mir ja dann die Hilfe gesucht in der gestaltpädagogischen Ausbildung und später in der gestalttherapeutischen Ausbildung. Dann ist es eben gut, den Coach, den Mentor, den Supervisor, wie auch immer du ihn nennen willst, ein erfahrener Mann, der dir keine Ratschläge gibt, sondern der dich in deiner Verzweiflung und in deiner Ohnmacht hält und dir in deiner Verzweiflung Wege aufzeigt. Und ich könnte euch jetzt bis Mitternacht hier zutexten mit verzweifelten Porsche-Manager, der immer alles erreicht hat. Und dann hat die Frau ihm einen Brief geschrieben, er muss ausziehen, also die hat gar nicht mehr mit ihm geredet, obwohl er immer der Chef war. Hat ihm nur noch über den Anwalt mitgeteilt, er zieht aus, er zahlt sonst so viel Unterhalt. Also der war fertig mit der Welt. Und erst, wo er so fertig war, hat er praktisch, war er überhaupt bereit, so einem Schwuchtel wie mir zuzuhören. Weil sonst hätte er das ja auch abgewertet. Er hätte gesagt, ein Mann, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und so. Und dann habe ich mit dem gearbeitet. Ich habe an Heiligabend, hat er morgens um elf, war der, und ich kenne das, so war es ja bei mir auch, morgens um elf hat er sich von seinen Kindern verabschiedet und hat er sich in seinen Porsche gesetzt. Und ich habe ihm gesagt, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Und dann hat er mich mit Tränen angerufen und hat gesagt, ich kann jetzt vier Stunden reden, weil ich fahre jetzt zu meinen Eltern nach Norddeutschland in mein Kinderzimmer wie damals. Da habe ich gesagt, ich werde jetzt nicht vier Stunden mit dir reden, aber ich bin jetzt für dich da. Leo, warum braucht es immer dieses Drama, bis Menschen und im speziellen Fall jetzt Männer erkennen, dass sie gegen die Wand laufen? Warum braucht es immer, warum gibt es nicht diese Einsicht vorher, bevor alles kaputt den Bach runtergeht oder fast alles den Bach runtergeht? Also ich würde sagen, das ist Evolution. Entschuldigung? Also wir sind, im Kern sind wir Tiere geblieben und in der Evolution, wir lernen halt nur durch, also wir lernen grundsätzlich durch Belohnung und durch Schmerz. Und meine persönliche These ist, wir lernen zu 90% durch Schmerz und nur zu 10% durch Belohnung. Also wenn wir kleine Kinder sind, ist es noch anders. Deswegen empfehle ich jedem Mann, lob deine Kinder, statt immer drauf zu klotzen, was die halt, die 10%, die sie nicht können oder nicht richtig machen. Vergiss die, lob das, was sie richtig machen. Aber wir Erwachsene sind dann schon so versaut, dass wir letztlich so defizitorientiert sind, dass wir nur noch auf den Mangel schauen. Absolut. Und dann braucht es, mein größtes Wachstum in meinem Leben waren immer meine Krisen und ich habe wirklich viele gehabt. Baulehr. Und das sage ich auch Männern, wenn die verzweifelt bei mir sitzen. Und um nochmal auf den Porsche-Manager zu kommen, der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, als der 14, 15 war. Und er hat bis zu seiner Krise mit 42 oder wie alt er war, seinen Vater für den Arsch gehalten. Plötzlich hatte er wieder eine Verbindung zu seinem Vater. Da habe ich zu ihm gesagt, siehst du, dir wird was genommen, aber du bekommst auch etwas. Ich habe zum Beispiel in meinem Stolz Demut bekommen. Und das ist wunderschön, wenn du demütig sein kannst. Dankbarkeit. Nicht ich bin der tolle Hecht, sondern schön, was in meinem Umfeld möglich ist. Dann schaust du anders drauf und das finden auch Frauen viel sympathischer ganz nebenbei. Statt immer den bedürftigen Bubi, der immer zeigen muss, er hat es drauf. Er hat es drauf. Und in meiner Wahrnehmung verändert das auch die komplette Welt draußen, wenn du anfängst, die anderen zu unterstützen. Wenn ich mit Managern zu tun habe, was relativ häufig der Fall ist, dann kriege ich ja mit, wie die sich ärgern über Prozesse im Berufsleben und sinnlose Meetings und wieder, was weiß ich, jeder Blendwerk und so. Dann lade ich die ein, hau doch mal mit der flachen Hand im nächsten Meeting auf den Tisch und sage, ich ertrage dieses Gequatsche hier nicht mehr. Und dann warte ab, was passiert. Im Kern sage ich, mein Job ist es, Sand ins Getriebe zu werfen. Das wissen denn ihre Chefs oft nicht, wenn die meine Rechnung bezahlen für den Mitarbeiter. Aber im Kern ist allen gedient, weil der Chef ist ja auch kurz vor dem Burnout. Die sind ja alle am Limit und kaputt. Ja, absolut. Das ist wie mit des Kaisers neue Kleider. Jedes Kind wusste, dass der nackt ist, aber alle sagen, im Kaiser kann man jetzt nicht die Wahrheit sagen. Ja. Also unglaublich viel dabei, unglaublich viel Tiefe auch und man spürt wirklich deine Leidenschaft einfach und auch deine Erfahrung. Also was da an Gefühlen mitschwingt, das ergreift mich wirklich. Und hoffentlich spürst du auch meinen Schmerz über all die Männer, die ich nicht erreiche, weil die einfach weitermachen wie bisher. Die dann zum VfB ins Stadion gehen, drei Bier saufen und dann hauen sie die anderen zusammen. Weil dann in der Gruppe und unter Alkohol, dann geht es plötzlich. Oder die heimlich die AfD wählen, anstatt sich mal den eigenen Scheiß anzuschauen. Immer im Außen Schuldige suchen. Die Flüchtlinge sind schuld, die Frauen sind schuld. Nein, ich gucke nach meinem Anteil und den ziehe ich klar. Ja, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ja, genau. Die einzige Scheiße, nicht einmal die andere Schuld. Und das Spannende ist ja gerade, Menschen, die viel Verantwortung haben, große Budgets verantworten, die mit der Eigenverantwortung sind. Ja. Das ist total spannend. Und ich habe noch eine Frage, weil es ging jetzt viel um Schmerz, um Krise, um, ich sage mal, unschöne Dinge. Wo siehst du, sage ich jetzt mal die Hoffnung, wo nimmst du den Antrieb her? Wo siehst du die Sinnhaftigkeit, dass es dich einfach lohnt, die Arbeit zu tun? Also wir hatten jetzt am Montag unsere monatliche Männergruppe hier in Schorndorf und da haben wieder zwei Männer gearbeitet. Und wenn du siehst, wie die am Anfang dastehen, völlig blockiert. Und dann der Mann, innerhalb von 25 Minuten machen wir mit dem eine Arbeit, wo der Zugang zu seiner Wut bekommt, um in seiner Wut endlich mal auf das Symbol, dann stellen wir einen Mann stellvertretend für seinen Vater und dann kann er dem Vater endlich mal aus der Wut heraus sagen, und du hältst jetzt endlich mal dein verdammtes Maul und mischst dich nicht mehr in mein Leben ein. Und dann hinterher zu sehen, wie dem sein Körper sich entspannt, wie er lächelt und ich ihn frage, wie fühlt sich das jetzt an und darfst du so denken entsprechend? Und wann und wo wendest du das an? Und dann sagt er, nachher, wenn ich nach Hause gehe, sage ich meiner Frau, wo es lang geht. Und morgen, wenn ich in die Firma gehe, dann sage ich denen mal, was mir stinkt. Und wenn er das morgen dann nicht gleich macht und vielleicht soll er auch lieber noch mal eine Woche warten, aber er hat eine Idee, welche Perspektive sein Leben jetzt nimmt. Und wenn die ihn rausschmeißen, dann sollen sie es machen. So einen guten Mann kriegen die nie mehr. Und bei dem Fachkräftemangel kriegt er woanders einen Job. In die Freiheit führt der Weg und das macht uns stolz und glücklich. Und die Gruppe ist der Resonanzboden, auf dem die Männer tanken können. Das ist, ich sage oft, das ist wie ein Feldlazarett im Krieg. Also wir, zu uns kommen verletzte Soldaten. Die haben nirgends einen Raum in dieser Gesellschaft, wo sie mit ihren Verletzungen und ihren offenen Fragen hingehen können. Und bei uns müssen die gar nichts machen. Ich sage, nimm Platz im Stuhlkreis und alles ist freiwillig. Du musst hier gar nichts tun. Und hätte ich da mal solche Orte gehabt für mich, hätte ich nicht so viel Scheiße bauen müssen, weil ich habe es ja vorher gesagt, in der Krise habe ich dann immer meine Geschwindigkeit erhöht und neue Methoden entwickelt. Aber das war alles fehlgeleitet. Und die Heilung beginnt ja schon, wenn man sich so einer Gruppe anschließt und einfach auch erkennt, hey, ich bin nicht der einzige Mann, der so geht mit anderen Männer und ich bin kein Loser und ich muss mich nicht verstecken, sondern ich darf dem Raum gehen, ich darf meinen Emotionen in den Raum gehen, ich darf mich mitteilen und ich darf in meiner Heilung arbeiten und es ist keine Schwäche, sondern... Ja, ihr glaubt ja nicht, wie vielen Männern ich schon mut... Also wenn dann 35-jährige Männer kommen, die gerade gestern das Haus verlassen mussten, ihre Kinder zurücklassen mussten und jetzt irgendwo bei einem Freund im Zimmer wohnen, wenn ich denen erzähle, ja, ich kenne das, bei mir war das vor 30 Jahren auch so, und du wirst deine... Ich habe 100 Kilometer und noch mehr von meinen Kindern weggewohnt, weil ich halt einen Beruf gehabt habe, den du nicht an jeder Straßenecke ausüben kannst. Und ich habe schwierige Jahre gehabt, aber wenn ich denen dann sage, dass mein 34-jähriger Sohn heute sagt, ich habe den besten Vater, den ich haben konnte, dann tröstet es die Männer über ihre aktuelle Situation hinweg. Und dann sage ich, und dann pass auf, dass du keinen Scheiß machst. Du brauchst deinen Kindern nicht erzählen, wie scheiße du die Mama findest. Das kannst du mir erzählen oder deinem Anwalt. Aber bei den Kindern bist du fair und korrekt gegenüber der Mama. Absolut. Das ist eine Frage von Disziplin und Klugheit. Absolut. Und genau dafür werden diese Kinder später ihre Väter lieben. Ich habe hier Männer im Einzelnen, da ist das Kind sechs oder sieben. Da sage ich, mach so weiter und dein Sohn wird in zwei, drei Jahren beim Jugendamt sagen, er will zu dir ziehen. Weil die Mutter den Vater nur schlecht macht. Weil die Frauen sind ja nicht besser als wir Männer. Ganz herzlich der Punkt, Leo, den Anspruchs für geschehene Männer, für getrennte Männer mit Kindern. Das ist auch eine, ich muss sagen, da war ich meiner zweiten Frau sehr dankbar. Da hat sie gesagt, zieh die Kinder nicht rein, kommuniziere mit deiner Frau nie über deine Kinder. Ich habe das auch nie gemacht. Und am Ende, nach 16 Jahren Trennung, 17 Jahren Trennung, war das absolut ein guter Ratschlag. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Auf mich ist vor knapp anderthalb Jahren ein Kinderarzt hier in Schorndorf zugekommen. Der hat gesagt, Leo, wir müssen eine Gruppe für Väter machen. Weil in der Praxis läuft so viel ab, das hat mit Medizin gar nichts zu tun, aber ganz viel mit Psychologie. Wo Kinder aus dem Ruder laufen, sage ich schon. Wo halt Deformationen stattfinden, weil letztlich die Eltern sich falsch verhalten. Und wir haben die Vätergruppe gestartet, wir haben jetzt in der Nachbarstadt schon die zweite Vätergruppe. Also die Männer kommen. Und der Markt, hätte ich jetzt fast gesagt, ist da. Also das Bedürfnis gibt es. Was genau passiert da in der Männergruppe? Also in der Vätergruppe? In der Vätergruppe denken die, also meistens werden die von den Müttern hingeschickt, damit der Mann noch besser wird. Aber relativ schnell merken dann die Männer in der Vatergruppe, also in der Vätergruppe, dass sie letztlich konfliktscheu sind gegenüber ihrer Frau. Oder dass sie sich erst mal mit sich selber und ihrer Kindheit und ihrem Vater auseinandersetzen sollten. Welche Werte möchte ich meinen Kindern überhaupt vermitteln? Oder bei euch kommt es deswegen ständig zum Streit, weil ihr nicht sauber verhandelt. Weil verhandeln würde ja heißen, ja, heute Abend bringe ich die Kinder ins Bett, aber dann gelten meine Regeln. Und nicht die Regeln der Mama. Und dann sagen die Männer, ja, aber die lässt ja schon die Badezimmertür offen, um mich zu kontrollieren. Dann sage ich, was, und das lässt du dir, das erlaubst du dir. Da würde ich sagen, geh aus, geh mit deiner Freundin was trinken oder ich mache die Badezimmertür zu. Das ist Teil der Regel. Wenn du schreien hörst, misch dich nicht ein. Wir klären unsere Sachen auf meine Art. Und dann werden nämlich, dann kriegen die Kinder wieder männliche Anteile mit. Statt uns von den Frauen sagen zu lassen, wir würden unsere Kinder nicht lieben. Die Frauen tragen ja dazu, bei uns zu verunsichern. Dann sagen die, nein, nein, ich will ja meiner Frau zeigen, dass ich meine Kinder liebe. Nein, das ist scheißegal, ob meine Frau das weiß und glaubt. Meine Kinder müssen es spüren. Und mich lieben Kinder, weil sie mich für die Klarheit lieben. Die haben keinen Bock auf das Luschi-Laschi und das 20-mal-die-Quatsche. Eine klare Ansage, maximal noch eine zweite. Und dann ist Schicht im Schach, dann kommt eine Sanktion und das finden die Kinder cool. Und die schlafen bei mir dann auch gut, weil sie genau merken, wenn der Mann da ist, der kann mich beschützen, egal wer in der Nacht kommt. Also das ist alles sehr, sehr holzschnittartig, aber die Strukturen, also das... Die Sicherheit, die damit einhergeht, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und alles hat Licht und Schatten. Und dieses vermeintlich Strenge hat eben auch viel Licht. Bis hin, die Kinder kommen dann besser mit der Gesellschaft klar. Wenn du die zu Hause nur verhätschelst nach der Mama ihre Regeln, wenn du genau hinguckst, die Mutter hat ja auch fette Übertrager. Die zieht ja aus dem Schatten raus, weil die sagt, so scheiße wie meine Mutter war, will ich es nie machen. Und dann macht sie halt ihre eigene Scheiße. Anstatt wie ein weißes Blatt Papier zu gucken, was ist jetzt für dieses Kind gut. Und dann kriegt das Kind das. Das ist wohl wahr. Und gleichzeitig sind wir ein gutes Stück weg vom Thema. Oh, sorry. Nee, ich merke es nur gerade. Also ich bin voll bei dir. Gleichzeitig, glaube ich, ist mehr als deutlich, wie sinnvoll es ist, als Mann einen Coach zu haben. Jemand, der quasi liebevoll, und ich finde, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Strenge und Klarheit, der liebevoll und klar auf das guckt, was ein Mann macht. und das spiegelt. Das ist unglaublich wertvoll. Genau. Absolut. Liebe Leute, wir werden euch die Webseite vom Leo natürlich auch verlinken, klarerweise. Ja, also ich kann es euch nur empfehlen. Habt den Mut, wirklich habt den Mut, schaut es hin und lernt es euch besser kennen als Männer. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wie gesagt, ihr habt es in Leo gehört und ich weiß es auch von Chris, aber wir wissen beide, das ist unsere eigene Erfahrung, wenn man hinschaut und den Mut hat hinzuschauen, an sich arbeiten. Man glaubt vorher gar nicht, wie schön und angenehm das Leben nachher ist. Ja. Absolut. Wie sich alles herum verändert, ob es das Business ist, ob es mit Freundschaften sind, ob es die Beziehung ist, es verändert sich alles, wenn man an sich selbst arbeitet. Absolut. Ja. Leo, viel, viel herzlichen Dank. Wir sehen uns ja wieder in zwei Wochen. Da geht es um das Thema, wie wichtig Gefühle sind. Das heißt, Leute, bleibt dran. In zwei Wochen geht es mit dem Leo gemeinsam wieder zum Thema Emotionen. Also für Männer Emotionen, da wollen wir das Thema Emotionen vertiefen, warum die wichtig sind. Leo, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Transparenz. Ich habe das sehr geschätzt, es hat mich sehr berührt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Euch eine gute Zeit. Danke, Leo. Danke. Macht's gut. Ciao. Ciao, mein Lieber. Danke dir. Ciao. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer und Zuschauer, aber mich hast du total ergriffen. Ich glaube, dich auch, Chris, oder? Das hast du ja auch ein paar Mal gesagt. Das war ein heftiger Impact, ja. Also auch zu sehen, wie hundertprozentig und felsenfest er einfach hinter dem steht, was er sagt und auch welche Erfahrung und eine Form von urgewaltiger Männlichkeit da dahinter steckt. Also eine ganz klare Sache. Wow. Mich bin beeindruckend. Absolut. Definitiv, ja. Und ich denke, viele unserer Zuseher auch. Leo kann ja auf mich zuhören in meiner sehr direkten Ansage, die er auch erwähnt hat vorhin. Ich möchte es nicht wiederholen. Und für mich war vollkommen klar, ich will ihn bei uns haben, bei Wild at Heart, weil Wild at Heart steht ja auch für Real, Authentic und Uncut. Und Leo ist real, er ist authentisch und das Ganze ist nicht geschönt. Ja. Absolut. Auf jeden Fall ist es eine wertvolle Folge. Absolut, absolut. Wie gesagt, wir geben euch den Link von Leos Webseite dazu. Da könnt ihr ihn gerne kontaktieren. Wenn ihr Spaß daran habt und nicht nur Spaß habt, wenn ihr was lernst, wenn ihr was mitsamt, dann freuen wir uns, da kriegt ihr uns sehr, wenn ihr uns liked, auch den Subscribe-Button drückt. Das unterstützt uns natürlich in unserer Arbeit klarerweise. Ihr könnt auch die Glocke gerne drücken, dann kriegt ihr sofort eine Message, wenn die nächste Episode wieder online gestellt ist und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Liebe Leute, stay tuned, wie es so schön heißt. Christian, möchtest du noch was sagen? Ja, ganz kurz, natürlich auch an euch das Angebot da draußen, wenn ihr irgendwas besonders wissen wollt oder euch ein Thema besonders interessiert, schreibt es uns, geht es in den Kontakt mit uns und wir schauen, dass wir uns den Arsch aufreißen für euch, um solche Themen dann auch möglich zu machen. Ganz klar. Danke, dass du mir erinnert, Christian. Ja, weil das ist auch ein Anliegen vom Leo. Wie gesagt, das nächste Thema in zwei Wochen ist das Thema die wichtigsten Emotionen und auch Leo ist bereit, auf eure Fragen einzugehen. Also schickt uns die Fragen und wenn so ein Thema passen, werden wir dir auch hier im Podcast im Gespräch mit dem Leo ins Gespräch bringen und Leo wird sie beantworten. In diesem Sinne, alles Liebe, danke, tschüss. Servus, papa.